Was für eins? Das, was ich vorhin schon ausgewollt hab. Oh, da hinten sind zwei Skelette gespawnt. Und hier sind auch, ähm, das mach ich. Brauchen Kohle oder sowas, oder Holz, um halt hier Fackeln zu bauen und dann hier das auszuleuchten. Alles, damit hier keine Viecher mehr spawnen. Warte, das kann man doch aus Holzkohle machen. Ja, genau. Wir wärmen kein Holz im Moment. Oh, hier ist ne Spöne. Ich bin tot. Oh, zum Glück nicht. So, Ofen haben wir jetzt auch schon. Oh, ich muss was essen, ey. Ähm. Meine Pickel ist kaputt. Oh, ich glaub, ich krieg nicht. Wehe, wehe, Skelett, wehe. Ne, ich tue mal meine ganzen Sachen in die Truhe. Scheiße, die sind überall Skelettons. Ich versuch die mal da runter zu schubsen. Von der Welt. Ist ein Skelett im Haus. Oh, jetzt bin ich tot. Das ist nicht gut. Ich hab nur versucht unsere Getreidefarm zu retten hier. Kannst du mich hier wieder zurückholen? Ja, klar. Warte. Ich mach die eben zwei Steine hoch noch schnell. Und dann niemand rankommt und dann passt das. Ach, da ist das Skelett. Ah, da hinten ist auch ein Zombie. Aua. Boah. Boah, beinahe wär ich hier runtergefallen. Ö, da zahm ich da runter. Also, ich hab hier orange Wolle, Fackeln. Schade. So. Hallo. Zum Glück habe ich meine Sachen reingetan. Ja. Ähm, ich hab hier jetzt noch Pfeile und so gekriegt von den Skelettons. Ja, ich hätte auch noch drei Seile. Faden. Ja, dann können wir uns gleich einen Bogen machen. Ne, warte, ich warte, ich guck mal was noch so Aufgaben sind. Ähm, bau ein Bett, bau hier eine Weizenfarm, erstelle 10 Brote, bau eine Melonenfarm, sammle 30 Melonenstücke, bau eine Kaktusfarm, 10 Pürbisse, bau eine Kaktusfarm, sammle 10 Kakteen, erstelle einen roten Riesenpilz, einen braunen Riesenpilz, angle und brate 10 Fische. Ne. Ne. Da kein Kuchen. Stopp. Ich glaub ich Bommes, ne. Ja, pass auf, hier kommen gerade ganz, 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 ganz viele Küche. Die sind ziemlich nervig. Mach du mal das Skelett da platt. Okay. Ja. Sehr schön. Ja, das, ich könnte, ich, ich, ich krieg dir auch roten Fleisch, hier roten Fleisch. Da ist ein Creeper hinter dir, pass auf. Zwei. Da ist doch schnell die Tür gut. Ey, aber gut, der, der Creeper hat da die, die anderen Viecher da getötet, so. Bleib weg von dem. Ja, ja. Wie wir die hier bashen, ey. Ah, ich hab nur noch zwei jetzt. Ich hab nur noch vier. Aber dafür bin ich schon Level 5. Ne, ich bin, war vorne schon Level. Ah, nein. Ne, zwei. Ich hab acht Knochenmehl, ich glaub ich. Ich geh mal Holzacken. Stimmt. Ich hab ja auch noch fünf Knochen. Fuck. Ich komm raus und ich hab nur noch so'n Zwischen. Ja, das ist immer mies an den Creepern. Warte, ich sammel mal dein Knochenmehl ein. Den Rest lass ich hier für dich liegen. So, ähm. Ja, also ich wette, ich sammle bei meinem Spawn nichts ein. Das wäre aus uns ja. Ey, ey, ey. Irgendwas ist hier in meinem Häuschen. Ja, wir haben da, wir haben noch keine zweite Tür und das darf muss auch noch rein. Ja, das krabbeln ja die Spinnen und so alles rein. Warte, MV, TP. Ach, Quatsch, ich mach's einfach nur. Flash, TP. Ey, ey, ich komm nicht jetzt in so'n Lava. Slash, äh, ich OP dich mal. Ähm. Dann kannst du das immer selber eingeben. Dann kannst du dich zu mir TP'n, ne? Ja, okay. Und wenn ich den jetzt rausgebe, bin ich tot. So, ja doch, egal. Hol's dir einfach schnell. Scheiße, da sind mies viele Creeper. Mies. Ja, aber es wird's... Man und Rest, äh. Der Monster ist nervig. Es wird's ein guter Tag. Fuck. Ach. Wo kam der her? Aua, ich bin tot. Ich tu deine Sache mal, Andy. Pass auf, hinter dir kannst du... Kiste. Ja. Da kommt das nächste Skelett. Geh weg, geh weg. Hast du nicht irgendwie Steine oder so, womit wir das noch schnell dichtballern können? Warte, hier. Klopp, Erde. Gut. Oh, ein Glück. Sind wir die Viecher endlich los? Solange die Zombies uns hier nicht die Wand eintreten, ist ja okay. Okay. Ja, warte, wir könnten das doch auch eben schon... So... Ne, eben so... So null. Oh, fuck ey. Ah, da verbrennen die Skelette doch gerade schon. Sehr schön. Ja, ich baue das jetzt gerade eben. Sammle dir schnell deine Scheiß hier draußen ein. Am besten. Und da kommt der nächste Creeper. Weil sonst sind deine Items gleich weg. Wir sollten ganz schnell... Ah! Oh! Oh! Ja, ich hab dich wohl auf den Zuborn-Blocken gesetzt. Oh! Aber die macht ganz schön Fanny mehr weg, ey. Ja, die ist jetzt schon echt mies. Was ich immer so geil finde, auch bei Skyblock und so, dass man einfach aus nichts sich eine riesige Landschaft baut. Also, du hast ja am Anfang eigentlich nichts. Ja, war hier auch so. Ja. Und da hinten stehen drei Skelette unter dem Baum. Die sind schlauer geworden, dass sie nicht verbrennen. Und Knochenmehl habe ich auch noch ein bisschen. Wie erstellt man nur meine Sonne? Ja, was? Ich habe vergessen, wie man nur meine Sonne... Ah, jetzt... Ah, ne Angel. Sehr schön. Ups. Hey, ich habe einen Angelhaken im Kopf. Oh. Mann, das muss doch nicht sein. Ach, hier ist Play, wo ist das Play jetzt an? Wir müssen hier irgendwie aufpassen, weil hier sind überall Creeper, kann das sein? Ja, hier ist einer, da ist einer. Wenn ich aus der Tür rausrenne, bin ich dann tot? Ja. Ja. Cool, da mache ich es. Warte, ich komme von der Angelhaken. Ich komme von der Angelhaken. Ich komme von der Angelhaken. Creeperhaken. Skeletthorn. Ich renne einfach ganz schnell weg. Ich komme von der Angelhaken. Ich renne einfach ganz schnell weg. Ich renne einfach ganz, ganz schnell weg. Ich schmeiße die ganzen Skelette einfach von der Karte. Fertig. So, du und du auch. Du kriegst auch nochmal einen auf die Schnauze. So, und schon haben wir die ganzen... Hier da gedöhnt. Ja, Angeln, Mann. Ja, von der Angelhaken. So, und ich kann die ganzen Bäume wachsen lassen. Ey, diese Melone bringt nicht wirklich was. Wieso? Weil du die hast eingebaut und dann können hier nichts machen. Oh. Ja, warte, muss ich ändern. Oh, Mann. Das Pick. Oh, fuck. Ich hab das Schnauze runtergeschmissen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Da war ein Creeper. Oh, Alter. Wie das einen erschrecken kann. Ja, ich... Ich angel hier jetzt mit Esschen. Jo, mach das, Mann. Oh, du, Mann. Oh, Ofen. Hab ich schon. Achso, ja. Dann schmeißt das Eisen. Ja, als erstes mach ich das Holz zu Kohle. Dann geht das, äh, dann hält das länger. Oh, zack. Und... Ne, da reichen eigentlich zwei Stück und hier vier. Hast du noch ne Schaufel? Äh, ne, aber ich kann schnell eine machen. Ne, ich hatte vorhin eine, dass ich die noch... Dann hab ich die noch da drin. Ist die weg. Scheinbar schon. So, vielleicht finden wir hier ja mal einen leckeren Apfel, ne? Besonde Nahrung zwischendurch. Ah, ich hab sie gefunden. So, zack und zack. Da ist ein Setzchen. Ähm, ich geh mal eben den, den Teich ein bisschen größer bauen. Jo, mach das mal. Dann hakt er sich nicht überall drauf. Was muss ich nochmal eingehen, um mich zu de-teleportieren? Slash tp. Und dann die Anfangsbuchstaben, ähm, deines Namens und dann die Anfangsbuchstaben meines Namens. Aua, Creeper ins Gesicht. Wo kommen die denn immer her? Ist doch schon lange Tag. Mano, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, Creeper fangen erst ab, wenn es richtig Tag ist. Also, fahrt Mittag noch. Also, ne. Ja, keine Ahnung. Also, wenn die Sonne ganz oben am Himmel steht, oder was? Ja. Das ist kacke. Scheiß Viecher, ey. Oh, was muss man alles machen, mit Fischer zu kriegen, ey? Eigentlich nur die Angel da reinpacken. Ja, aber die Angel hekt sich immer die ganze Zeit lang. Oh fuck ey, ich komm nicht hoch. Sobald die wackelt, musst du die... Oh, scheiße. Fällst du gleich aus der Map, oder was? Hey, nein, ich bin ertrunken. Ach, hast du so viel tiefer zu machen. Schlesch tp. Dann Fahr, Leerzeichen, dann Re. Re. Ja. Leerzeichen in Sachen. Sehr schön. Vielleicht soll ich mir mal ne Dingens machen hier. Ne Axt. Ja. Das wäre auch schon von Vorteil. Ja, ne. Damit man hier auch mal bisschen schnell das ganze Zeug rauspulen kann. So, machen wir jetzt noch glatt ne Axt. Und wir leuchten hier auch die ganze... Also, ich wäre dafür wichtig, dass wir die ganze Karte bei Gerard liegen. Also nicht diese Hucke und so. Ja, können wir machen. Weil das ist einfacher, weil dann kann man die ganze Map ausleuchten und dann haben wir noch überall Licht. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee. So, zack. So, Cola haben wir schon ein bisschen. Klicke ich jetzt mal kurz in die Kiste. Okay. So, bauen wir hier nochmal die ganzen Bäume ab. Ich krieg keine Fische. Hm. Ah, ich krieg einen Fisch und der fliegt aus der Map. Buh. War klar. Ja. Ich krieg einen Fisch und der fliegt aus der Map. Ja, das ist einfach pures Können. Alles geplant. Das war alles geplant. Ist so. Haha. Aha, funny boy. Kann man nur. Sieht den mal da rein. Ein Apfel wär doch jetzt mal ganz lecker, damit meine Chicken McNuggets Leiste da nicht zu weit runter geht. Ja, bei mir sinds auch Chicken. Was für ein Texture Pack hast du eigentlich? Äh, Honeyball LP Dingens, was Gronkh auch hat. Ja, das hab ich auch. Weil ich jetzt ziemlich gut fand und dann dachte ich mir... Ja, ein Fisch. Oha. Ich hab noch ein Fisch. Oh yeah. Jetzt geht's ab, wa? Ja. Pff. So, ich weiß gar nicht wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Ich hab gar keine Uhr hier. 30 Minuten schon. Echt? Ja, ich seh das an Skype da. Ist von hier oben. Stimmt, wir haben ja fast sofort angefangen. Gronkh. Gronkh. Ah, hier ist endlich mal ein Apfel. Den fress ich doch gleich mal. Ja, ich hab noch mal die ganzen... ...Göllen da voll. Nam 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 nam. Der hat doch mal gut geschmeckt. Wow, einmal reintun und sofort kommt ein Fisch dran, ey. Oh, ist doch gut, ne? Pfff. Pfff. Ja, genau. Wo die Map ist und alles nochmal ganz genau erklärt ist und die Geschichte nochmal aufgezählt ist und so. Es wird alles dann... Unverlinkt. Okay. Und ich glaub, ich geh gleich mal eben weg, damit ich mein World öffne und die ganzen Sachen, die wir schon fertig haben, also die ganzen Aufgaben da einfüge und dann alles, die wir schon gemacht haben, dann weg mache. Ja, stimmt, dass du das dann so abhaken kannst, sozusagen. Ja. Na, das wär gar nicht mal so schlecht. Ja, ich glaub, dann geh ich eben ins Haus. Ja. Und ich hab auch drei Fische. Bam. Voll vor'n Baum gelaufen. Ist mir auch gefällt. Und die Achse ist kaputt. Na toll. Ich angle Menschen. Aua. Musst du mich immer angeln? Hä? Wie ein Fisch seh ich jetzt hier auch nicht aus. Fast. Nett, nett. Ich weiß alles, was du gebrauchen kannst, tu ich dir rein.